Musik Hi und willkommen bei EMP TV. Ich bin Mimi und für euch habe ich heute Walt Disney Sachen dabei aus unserem EMP.de Online Shop. Das Beste daran ist, dass es sie nicht nur in regulären, sondern auch in Plus Size Größen gibt. Ich habe euch alle Sachen, die ich euch zeigen werde, in der Infobox unten verlinkt und wir fangen direkt an mit dem Oberteil von Lilo & Stitch, was ich gerade anhabe. Viel Spaß! Das nächste, was ich dabei habe, ist etwas sommerlicher, wenn es jetzt wärmer geworden ist. Und zwar ist es dieses Bambi-Oberteil hier. Super süß und rosa und wie es angezogen aussieht, zeige ich euch jetzt. Musik 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 Auch ein bisschen luftiger und daher für den Sommer perfekt ist diese Bluse hier. Die ist von Ariel, die Meerjungfrau. Warum ich die so toll finde und was die für einen super coolen Schnitt hat, zeige ich euch jetzt. Musik 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 Ich habe euch außerdem noch ein anderes Basic Shirt neben dem hier mitgebracht. Das hat allerdings einen Dreiviertelarm und ist von Die Schöne und das Biest. Und ich ziehe es mal für euch an. Natürlich habe ich auch unter all den Sachen einen Favoriten, auch wenn es schwer fiel. Aber ich zeige euch jetzt mal mein Highlight aus den ganzen Sachen hier. Und zwar ist es dieses Kleid. Und alle, die jetzt denken, dass das einfach nur ein schwarzes Kleid ist. Nein, das Kleid hat einen roten Rock mit weißen Punkten drauf. Und alle Disney-Fans wissen es gleich. Es ist Mini-Maus. Es ist ein Mini-Maus-Kleid. Und wieso ich mich direkt verliebt habe, zeige ich euch jetzt mal. Und ich zeige euch jetzt mal. So, das war es von mir. Ich hoffe, die Walt Disney Sachen haben euch gefallen. Und wenn ihr auch, wie ich, einen Favoriten hattet, schreibt ihn mir doch mal unten in die Kommentare. Lasst doch außerdem noch ein Like da und ein Abo für den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Video.